So dann meine Lieben, am Dach Tirols, direkt vorm Pizdaler Gletscher, insgesamt zehn Einheiten, es gibt noch eine im Obergeschoss, fünf im Erdgeschoss, das ist natürlich mega, das sind gerade einmal 2,5 Kilometer zum Pizdaler Gletscher. Pizdaler Gletscher, höchste Gletscher Österreichs, Gletscher geht auf 2.000, nein 3.400 Meter rauf, da sind wir auf 1.600. Und was natürlich auch wahnsinnig lässig ist, hier dieses Sport- und Vital-Hotel Seppl, hier kann man gegen einen Aufpreis auch die gesamte Saunalandschaft, Infrastruktur, Frühstücksbuffet etc. mitbuchen, mit nutzen. So dann, das ist die Außensauna vom Hotel, da hinten passiert gerade die Wildbach-Verbauung, da hinten geht es Richtung Gletscher, schon mega imposant hier im Pizdaler Gletscher, auf 1.500 Meter, 1.600 Meter. So dann, liebe Alp-Mobilien-Freunde, mein Blick nach Süd, hier in den Alpen auf 1.600 Meter im Pizdaler Gletscher, gerade einmal 2,5 Kilometer entfernt, erstes Schlafzimmer mit Bad en Suite, zweites Schlafzimmer, so, wirklich cool, danke sehr, sehr nett, danke. Dann noch einmal Badezimmer und dann dieser wahnsinnig großzügige Wohn-Ess-Bereich. Mein Vertriebspartner, der Wolfi, hat heute Geburtstag, 72 Jahre. So, ich versuche einmal auf den Balkon und die Terrasse mit diesem wahnsinnig unfassbar lässigen Ausblick da heraus zu kommen. Ich meine, schaut euch das an. Hier, finnische und Infrarot-Sauna, das ist es hier aus dem Pizdal. Ich meine, einfach ziemlich genial. Herzliche Grüße, Ihr Pascal Weisang von Alpenimmobilien. Alpenimmobilien. Gib Herzenswünschen ein Zuhause.